Oh, du autohostest mich. Weil gerade kein anderer aus der Liste online ist anscheinend. So, ich dachte, das wäre zuerst was. Nein, du bist was Besonderes. Was ganz Besonderes. Geh ich in den Wald, danke. Ja, aber natürlich. Wow. Du hast es gut gemacht. Danke. Du musst ja alle dummen sein. Du Assi. Oh, Redding macht so eine Wunde. Das ist easy. Ja. Ich wollte halt übel. Was? Nein. Wow, wie schieb ich halt weg, Mann. Habt ihr das gesehen? Achso. Ja, geht doch. Oh, fuck. Nein. Ich kann es laufen. Ja, das wird so. Oh, Mann, das war so knapp. Ja, das war so knapp. Es ist nicht wahr. Ich treffe diese Scheiße noch nicht. Ja, ist ja nichts Neues. Oh, Mann, das war so knapp. Alter! Ohne Witz! Osti wird kein Profi in dem Spiel. Ist das schon das letzte hier? Und drin, holding one. Ist aber auch bei der Map nicht schwer, ne? Ja, ich wollte gerade sagen. Du musst nur so lange springen, bis du beim richtigen Knochen bist. Es ist nicht schwer, Vanessa! Es ist nicht schwer! Aber Faulkelon macht ne Meisterbreit raus. Was ist denn los? Was ist denn? Du musst doch nur springen! Oh, ja, nein, ja, oh! Vanessa, du warst blond, ne? Ey! Papa! Ich bin selber ne Blondine, also bitte. Was?! Du bist deine ganz süße Blondine, du! Oh, schüße Blondine! Lalalalalala! Warte auf, Vanessa, wenn ich in Bayern unten bin, der? Ja, was? Ich finde dich! Und dann? Wow! Hast du einen Vollspeed? Nein! Auf dem Schulhof, eins gegen eins. Wow! Und Haare ziehen! Was?! Oh! Oh! Es ist so bitter einfach! Hup! Bitteschön! Ich wär auch so reingerollt, aber dankeschön! Nein! Wirst du nicht! Natürlich nicht! Nee, natürlich nicht! Ja, gut! Das will ich auch hören! Ja, das will ich auch hören! Dann? Ich hab könne! Ja, wenn Vanessa ihre Auchen macht, hab ich gehört! Oh nein! Da müsste ich... Nee! Ja doch! Das ist ein... Da müsste sie sich schick machen! Ja! Das braucht die doch nicht! Ha! Ja! Gay! Ich bin ein... Oh, das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Was ist das? Drei Strokes? Schafft ihr das mal einzulachen? Ja! Nee, siehst du ja! Nee! Ich... Ich... Ich sag doch, ich verliere es doch! Da kommt der Call, ey! Ja, ich war ja schon mal Cheerierin für eine Football-Mannschaft! Oh! Oh! Da kommen jetzt die sabbernden Zungen, weißt du? Oh, ne! Wir... Da sind nachgegangen, weil die irgendwie nur so dumm rumgetänzt sind und nicht wirklich gechearledert haben. Habt ihr auch... ...gechearledert? Große... So... Genug Fläche für Football-Felder? Ich mein, so Flachland finden bei euch ist ja nicht so... ne? Einfach... Komm, ich... Ich... Ich spälte immer was rein, dann ist sie wieder gut. Wow! Das Pixel-Tag ein bisschen. Weil ich scanne kleiner als 3D. Ist du ein Angeber, ne? Was hat er gemacht? Weil ich's kann, hat er mir gerade 10 Euro donated. Wow! Ja, einfach weil ich's kann, Alter! Weil er's kann! Wow! 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 Das ist ja... Wow! Wow! Das ist ja... Wow! Weh, komm, ich hasse dich, wenn du mich wieder zum Start stehst. In zwei Mal! Oh Gott, ich hab die jedes Mal in Holemall gemacht! Und genau jetzt nicht! Aber dieses Mal in Holemall... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.